Hallo und herzlich willkommen zurück zu Landwirtschafts-Simulator 2013. Eine kurze Pause und eine Flasche Wasser holen später. Oh ja. Ja, mit Mirko wieder. Oder immer noch, besser gesagt. Zumindest von mir aus. Ja. Und wir haben jetzt hier Raps gesät und jetzt werde ich mal die Zeit oben rechts, seht ihr das unter der Zeit, werde ich jetzt mal beschleunigen. Auf 120. Und vergehen die Minuten für Sekunden. Nein. Nein. Wie bitte? Obst du das gleich spielen? Ja, vielleicht. Denk mal schon. So, und dann werden wir jetzt mal hier vorne... Wo stellen wir das denn ab? Die Geräte. Der Gerät. In die Halle? Ja, später. Jetzt habe ich keine Lust dazu. Und ich glaube, wir werden uns jetzt mal kurz erkundigen. Wie kostet ein größerer Anhänger? Genau. Sortiert nach Marken und dann Kipper. 24. Ich habe 26.000. Aber du hättest nur noch 2.000. Aber ich bringe ja das Weizen jetzt weg, was da noch im Lager ist. Dann muss ich auch kaufen. Weißt du, was den verkaufen wir? Da ist sowas drin, oder? Ne. Dann kaufen wir den hier. Scheiße! Heiße, Mama! Fuck. Dann kaufen wir... Wir hätten dann gar kein Geld mehr. Also das würde uns eh nichts mehr bringen. Ja, und dann haben wir uns jetzt mal den gekauft und... Äh... Boah, kann ich nicht akzeptieren. Auf... So, jetzt ist es 10 Uhr morgens. Ja. Ja, wollte ich auch machen, aber ich kann ja auch so gehen gucken. Okay, äh... So sieht man jetzt nichts. Ich gucke mal ganz kurz. Äh... Es ist gelb. Immer noch am Anfang. Das ist das Wachstumsstadium. Dann fangen wir mal über... Übers Land. Und auch bei Straßen weiter. Genau. Die dürfen das. Das ist ja mein Land. Eigentlich gehört es der Stadt. Bis auf die Felder. Ja. Ja. Oh. Wow, 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 wow. Dann holen wir uns jetzt mal den Kipper. Wollen echt wieder so mehr? Ja. Ich glaube, die würden einen sofort einsperren, die Polizei. Ja. Direkt Führer-Fanke. Ja. So, und jetzt hier Kuh. Aber da haben wir... Ein Riesenteil. Ein Riesenteil, du. Kann man nicht im Laden so was gelbe... Ja, eine Tankstelle. Ja, aber ich brauche ja nicht tanken, eigentlich. Warte, da ist ein... Wie ist das denn da? Was meinst du denn? Eine Folie auf dem Anhänger? Folie auf dem Anhänger? Ja. Ach so. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich weiß nicht. F1 haben wir nicht angerückt, ja, ne? Ne. Ne. Ich weiß es nicht. Bestimmt, wenn er voll ist, dann kann man ihn zumachen. Oder geht von alleine zu. Aber ich sehe hier jetzt auch keine Folie an den Seiten. Ja. Werden wir ja dann sehen. Ja. Müssen wir wohl. Und jetzt haben wir schon 14 Uhr am Tag. Ist gar nicht so hell irgendwie. Ist aber auch bewölkt ein bisschen, oder? Ja. Ja, die Sonne ist hinter den Wolken, ne? Ist so. Ups. Alter. Ich komme nicht weiter runter. Bitte, Maus. Wie ist das? 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 Wie ist das heute? Heute? Ja, genau. Warte mal, ich will mir jetzt mal hier das große Gewicht dran machen. Wenn man dich hier nicht abhebe, falls das irgendwie der Fall sein sollte. Immer schon auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Ja, hier. Super. Metall im Reifen. Lol. So. Naja. Das sind Eier. Ganz viele Eier. Yay. Eier. Eier, wir brauchen Eier. Ich habe endlich Eier. Wuh. Alter. Du hast endlich Eier. Yay. Alter, geil. Viel Eier. Na, ich habe 100 Hühner gekauft, ne? Ja. Im Ring schon mal was. Ist wohl. Hat da einfach jemand 100 Hühner gekauft? Ja, ich. Ja, ich renne. Ja, ich renne. Noch ein Ei. Ist nicht im Busch noch welche? Ja, da waren noch welche. Jetzt muss ich in die Anzeige geben. Aber hier. Das ist noch eins. Ich bin endlich wieder Eier. Okay, die werden wir jetzt gleich wegbringen. Dort. Okay. Ich habe 3.913. Alter. Alter. Fast 1.000 Dollar. Euro. Euro. Dollar. Das war immer geil. Wirklich. Hä? Das hat sich echt gelungen. Hm. Sind da jetzt eigentlich wirklich schon Kartoffeln? 1.000 Dollar. Irgendwann. Oh. Okay. Jetzt ist das egal. Was bringen jetzt am meisten gerade? Wie weit ist das Feld? Da. Es ist immer noch im zweiten Stadium gerade mal. Ja. Hier. Ähm. Und als nächstes werden wir gucken, wie die Preise sind. Das Teuerste ist im Moment Raps bei der Gaststätte. Was ist denn die Gaststätte? Das ist so. Muss ich mal gucken. Ah, das zweite hier. Mal gucken. Die Gaststätte ist gleich. Ich glaube, wie schnell es voll geht. Das ist hier, das ist eigentlich. Ja. Okay. Der Tank ist leer. Also von da oben der große Tank. Ja. So, mal gucken, wo ist die Gaststätte? Ich gucke mal hier ein bisschen. Ähm. Hat man hier eine Karte? Hier. Hm? Ich fände aus dem Dorf raus. Ja. Dann reicht die so einen Schotterweg. Dann kommt da immer die Biogasanlage. Oh, nee, nee, nee. Kann man sich... Du siehst ins Dorf, siehst du das hier? Warte mal eben. Kann man hier irgendwie... Warte mal. Sorry, gleich. Ja. Da hier Häufigkeit der Mission, 10 Minuten habe ich das eingestellt. Kannst du auch noch nicht. Hast du den Timer gestellt? Ich glaube nicht, ne? Ja. Dann läuft noch 26. Bei 16 haben wir aufgenommen. Ja, okay. Ähm. So, wir müssen jetzt aus dem Dorf raus, ne? Ich fahre jetzt ins Dorf. Sag mal, wir sind gerade hier, ne? Dann können wir auch eigentlich rechts rumfahren und dann hier irgendwie lang. Hier im Dorf, direkt durchs Dorf. Sag mal, wie macht man den F? Da, ne F. Okay, jetzt habe ich hinten auch noch Licht an. Das ist doch nütz. So, jetzt habe ich mal Licht an gemacht. Ja, genau. Ich fahre jetzt hier lang, nur dort den kleinen Weg und dann dort entlang. Ja, genau. Also, äh, jetzt hier links gleich. Wollte ich Zuschauer das auch wissen. Hier links und dann dort vorne entlang. Oh, ich fühle mich so außerhalb. Wie außerhalb? Ich gehe lieber rein. Nein, Spaß. Oh, hier muss jemand runter. Hier meinte ich auch. Okay, keine Schnappstanz jetzt hier. Da runter können wir. Das ist riesig geil. Und es ist wieder in der ersten Folge hier voll runtergefallen. Ja, wir haben Krippe. So, und jetzt fahren wir hier runter. Obwohl, ich klappe das. Ja. Klappt schon, klappt schon. Hast schon. Wow. So direkt die Denkung manchmal ist. Dort kann man da. Ja. Links dort vorne, oder? Nee, aber dort ist doch der, oder nicht? Da, wo du bei dem Anhänger bist. Der weiß oder der... Der gelbe. Der gelbe, achso. Was ist das andere? Hier war es immer noch nicht. So. Ja, okay, da wollen wir wirklich nicht hin. Das wird einfach nur was immer am meisten. Guck nochmal wegen den Preisen. Ja, Gaststätte ist immer noch am meisten. Gaststätte war wirklich das, ne? Ja, okay, hier. Gut. Ich fahre mitten in der Oberstraße. Also mitten in der Mitte. So, wir haben jetzt... Wir haben jetzt 8000 Liter. Oder wer es, was ja auch immer das ist. Weißt du jetzt, pro Liter 1000? Ja. Oh, 8000. Glaube ich zumindest. B, pro Tonne, pro Tonne. 8000. 8000, also 8 mal 1000, 8000 bekommen wir. Wenn wir... Verlichtig. Hier ist das? Ja, da vorne. Da vorne ist das. Gibt es ja nichts los? Ja. Siehst du das nicht, Mensch? Mein Gott, siehst du das nicht, von mir. Okay, warte mal eben. Achso, guck, kann ich jetzt... Ich wollte jetzt erst das Gerät wechseln, aber egal. Okay. Da sieht das Gerät vielleicht ein bisschen echter aus. Ja. Wie sind wir das eingeführt? Wie bei dem Zug. Ja. So. Das war es dann auch schon. Aber wie ist das Wachstum? War es schon, äh, dieses... Gleich ähnterweise ist es geil. Oder? Ne, ist glaube ich noch dieses Dunkle hier. Stimmt, stimmt. Dieses... Vor dem Dunklen. Alter, das ist dieses auch großartes Feld. Kann man auch 3 drücken? 4? Ne, 4 kann man nicht drücken. Doch, viel kann man, glaube ich. Ne, viel geht nicht. Guck. Weil es gibt ja sowas, dass man direkt wegen dem... ...dann hierher fahren kann. Ja, 3 ist das dann. Guck. 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 Penis. Was ist hier nochmal jetzt? Ja, Biogasanlage. Da fängt sich die Schranke. Guck mal nicht so rein. Boah. Geil. Hier ist eine Tankstelle, oder? Ja. Dann geh mal. Das war knapp. Oder wo muss ich überhaupt lang? Ah ja, jetzt bin ich hier. Aber wieder rechts hoch. Ja. Es ist 3 Uhr nachts. Und überall fahren Autos. Kann man hier was machen? Ist da vielleicht ein Huf weisen? Dort? Vielleicht ist so ein Huf weisen. Das haben wir ja mal herausgefunden. Ein Brunnen, oder? Ja, so ein Brunnen. Kein Huf weisen. Schade. Da sind auch wieder so Missionen verteilt. Das war ja auch bei dem alten. Da muss man mal Flaschen suchen. Ja, da muss man Flaschen suchen. Boah. Ich hab das jetzt gesehen, wegen dem Baum. Der Baum, du. Meine größte Schwäche. Die Bäume. Das... Hier kann man Eier verkaufen. Hier irgendwo im Dorf. Ja. Da muss ja immer nur ein Zweifel sein. Dort vorne. Da kann man auch Eier verkaufen. Toll. Hallo, Artgenosse. Wobei die Leute laufen drauf, weil die Leute auf die Straße. Mäh. Man kann sogar durchlaufen. Naja, wenn wir mal wieder einsteigen. Huch. Nein. Ähm. Es ist jetzt... Jetzt ist es das harte Orange. Hart. Hart. Da stammt irgendwas mit Minus. Tierkosten. Minus 14. Was ist das? Kriegskosten. Fahrzeuge 164. Ach, wir haben 14.000. So viel hast du Verlust. Bisher, ja. Frontlader brauch ich unbedingt. Das ist eine Frontlader hier. Kann ich das jetzt immer noch an den Trecker oder? Nee, ich glaub nicht. Da braucht man extra so einen Trecker. Den kann man kaufen. Nee, hab ich schon mal gesehen. Bei Doc M. Oder man kauft sich ganz einen Frontlader. Ich kann dir mal ganz kurz zeigen. Ähm. Welche ich jetzt finde. Da Frontlader. Einmal gibt's den hier. Dann gibt's auch später diese... Den hier. Und den, die ganz großen hier. Und dann zum Schluss den hier. Der sieht auch geil aus. 120. Äh, 220. 258 PS. 1000. Äh, nee. 258 PS. Oh mein Gott. 258.000. Ja, genau. Ja, genau. Verdichten und... ...entnehmen von Silo. Was? Nee, das brauch ich ja gar nicht. Das ist krass. Also muss ich mir wirklich den hier kaufen? Der sieht eigentlich auch geil aus. Oder den hier. Oder den allerersten. Aber der... ...kann... ...Teleskop... ...ähm. Können wir auch einen Frontlader. Ja, der ist dann für den hier, oder? Das ist der Weidemann. Den kann man... Ach, kann man sogar nur für Paletten. Das Bordmission. Ja, nur für Paletten auch dann. Aber ich glaub dann... ...weiß ich nicht. Mal schauen. Aber lesen. Hm? Ja, können wir gleich gucken. Ich stell dann gleich den Anhänger hier mal in die Garage. Falls ich jetzt mehr... Nee, noch ist es nicht weit, oder? Oh, jetzt ist es immer noch ganz... Ja, es kommt gleich. Wie spät ist es? Es kommt gleich. Also wie... 34. Oh, wir sind schon im Überzug. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, äh, egal. Bis zur nächsten Folge, Leute. Und dann... Tschüss. Tschüss.